Wie schön ist Wie schön ist es doch wahr? Hier blühte ein Meer von Azaleen. Das war wundervoll. Also die Landschaft drumherum war großartig, gell? Da konnte man vergessen, dass man im Sanatorium ist, wirklich. Und der Professor Alexander, der hat drüber gewacht, dass man alles pünktlich natürlich gemacht hat, was Vorschrift war. Und ich kam mir nicht als Patient vor, sondern dann wirklich etwas als Gefangene. In diese Welt des Todes und der Krankheit drangen nun Nachrichten, die schon bald auch das Leben im Sanatorium verändern sollten. Zum Glück haben sie nicht den Krieg gewonnen. Wer weiß, was geschehen wäre. Amen. Amen.